wieder da war man da gute frage aber noch mal lauter noch mal ein bisschen wieder team fahren irgendwas ich weiß ja doch mal was wenn es gibt es gibt es team als spiegel ja ja das hat man nämlich noch nicht meines wissens oder haben die nur noch mal die richtigkeit auf normal weil sie vielleicht auch ein bisschen hochziehen oder was von der schwierigkeit her ja bei team war das für uns immer recht easy ja dann stellt die bar bis neue stelle hier auf eine höher genau wo die das auch schwierig noch mal das gleiche von anfang an oder was dann haben wir doch noch ein bisschen wir haben ja die ganzen schwierigkeit gerade noch unterspiegeln jetzt noch mal und alles was ich glaube wir haben noch nicht mehr zu tun mit dem spiel hier und jetzt können wir uns nicht gegenseitig auf die düste gehen jetzt arbeiten wir bisher zusammen ach ja sag ich ja auf auf mit sie mit gebrüll ich habe doch mal wieder strecken die jetzt sie kommen noch mal neue strecken rein und ich glaube hier kommt nicht mehr bei dem spiel wer weiß wie alt das schon ist wenigstens die tüche vernünftig auf was wurde die liebst so auf geht's jetzt ist ja egal wer erster zweiter dritter wird das muss ja jetzt geht's jetzt habe ich mich ja ja ich gebe doch diesen torbus mit dem windschatten wieder markus mir das gerade eindrucksvoll ihr hilft du bist eindeutig im falschen tüchel schreinerei hier schreiben wir gar mal mit dem eier schreinerei wir gar mal mit dem man merkt auf jeden fall dass es schon wieder ein bisschen anspruchsvoller ist klar weil die stufe ein bisschen höher ist du kommst nicht mehr so einfach auf platz 123 sondern hast du auch jetzt wieder ein bisschen mit dem hinteren teil aber Auf geht's! 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 Siehst du, du hast nämlich jetzt noch zwei Mittelzornik zum Beispiel drin! Wow! Was für eine Ehre! Oh, ich bin gerührt! Was für eine Ehre! Oh! 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 vier dosen das ist schon hart mittlerweile ausnahmsweise so rennen wir uns schon wie ich trinke die ja auch größtenteils nur am wochenende oder wenn die nachtschicht habe ich habe mal angefangen damals mit fünf dosen energie aber die habe ich sondern mal ziemlich schnell gelassen weil es dann richtig aufs herz geht das mal lieber sein so habe ich auch meine ersten nachtschichten sich jetzt einmal nur noch cappuccino oder kaffee und das sei der jeweils auch von auch nur wegen der langen schicht jetzt in zwei tage auch turbo start baby natürlich kriege ich ja ich habe kein gedrängt war sein gedrängt ja war warum schmeißt du eine bombe wo keiner ist ich habe die taste falls gedrückt zu stellen gedrückt ich wollte euch da hinten werfen alter werfen stellt wird angeschoben nicht ich glaube ich habe gerade auch mal kurz euch beide weg direkt rakete ich war ja da wollte ich auch bleiben ich dachte ich mache auch windschatten boost jetzt mal wieder einmal vorne die steine also ich war dritter mit 8 naja also ich hätte noch vier leute an mir vorbeigekommen bin auch noch überholt worden ich war ja auch so wir waren erster zweiter dritter wie gesagt ich war dann dran und dann kam die steine dann wollte ich habe acht da war noch einer aber kurz vor zielbremst da bin ich doch gewonnen ähm schützieren du bist du plötzlich muss vielleicht raus geht sie in die richtung ja zu der vorratte könnte aber kurz und laufen also ich hätte sehen musst du aber dann nachher wie du bist draußen ist team gelb bisschen vorne weg mit 61 punkten team grüner noch ein bisschen abgehängt gut das vergebnis war jetzt eine katastrophe das werde ich jetzt noch ein bisschen durchgereicht wurden wir haben eigentlich viel weg gewesen ich muss ja mal einen charakter wechseln und was anderes nehmen oh Ja, ich bin wieder im Rennen. Mach doch den gut da. Ho, ho. Sehr gut, ich hole auf. Das muss besser gehen. Eine Chance für mich. Beides und Blödler. Oh, ich hole ihn nicht. Das war noch nicht alles. Ich weiß nicht, wie die mit welchem Tempo die teilweise herkommen, die fangen ganz hinten mit dem höhen Tempo nach vorne. Okay, warum mache ich da jetzt gerade durchgedreht habe. Da kommen wir mit dem KI. Ja, Alter. Ich sage ja, dieses Scheiß Team Gelb, das kommt gerade ein bisschen ab. Ich führe nämlich jetzt schon wieder. Lötter Römer. Der Turboboost. Ja, ich wünsche einen Boost. Und auf. Mann. Steine. Ja. Kein Dank für dich. Das ist so traurig. Ich bin dritter und du wirst von allen überholt, die da irgendwie noch mit in der Nähe waren. So, einen habe ich noch mitnehmen können. Danke, Baby, für die Stachel. No. Das hatte mir jetzt nochmal einen Platz gebracht. So konnte ich Blaze noch kassieren. Jawoll, Team Gelb schon auf die Fritze gekriegt. Sehr geil. Das gibt wieder schöne Punkte für uns. So, das entscheidet sich jetzt im letzten Rennen. Abgemacht, aber weder hältst du dich nicht ernst zu sprechen. Boah. So, letztes Rennen. Und dann... Es ist mir die Hand geblieben. Nur X-Tier. So, willst du jetzt hingehen? Ja, am Helden. Ja, am Helden. Ja, am Helden. Ja, das ist das richtig. Ja, hier ist der Punkt. Ja, am Helden. Ich zeige dir, wie man es richtig macht. Du bist eindeutig im Fallschirm. Irgendwas habe ich gerade ausgeschaltet. Och, Mann. Ah, dieses Gedränge. Hör auf, da hinten. Ja, bin ich ja im Rennen. Bleib in der Bahn, ich bin im Wingsstand. Ah, los. Den geht nicht mit mir an. Würfel! Becker! Oh, oh, oh. Halt ihn kurz. Ich nutze deinen Wingsstand. Das kitzelt nicht mal, John. Ich hoffe, ich habe einen Boost. Okay, du kannst du gerade nicht abkürzen. Was? Du kannst heute nicht abkürzen. Ich bin nämlich mal der Strecke abgekommen, heute ein bisschen abkürzen und dann hat es leider nicht ganz, äh, leider nicht zurückgesetzt. Hey, pass doch auf! Das ist schön. Du hältst mich dicht auf. Oh, das ist ganz gut. Ich bin durchgekommen. Und dann? Ich habe es gesehen, weil ich die Spur habe, aber... der letzte hat mich noch mitgenommen aber alles ist gut ich bin zweiter dritter vierter so ballern wir mal unseren mega topo raus und vielleicht noch mal einen sprung nach vorne machen sehr geil dann haben wir es dreifach sieg doch nicht baby bist du überholt worden oder am ende baby baby spricht nicht mit uns natürlich bin ich der wichtigste ja das haben wir dann doch noch so geholt über fast drei über 30 punkten vorsprung sehr cool so ein machen wir noch war so